Die Stadtbahn und der Linienbus schmiegen sich heute Morgen wohl eher unfreiwillig aneinander. Als der 55 Jahre alte Busfahrer in Stuttgart-Stammheim nach links abbiegen will, kommt es zum Zusammenstoß. In der Folge des Unfalls haben sich drei Personen, die im Bus waren, leicht verletzt, unter anderem der Busfahrer und ein elfjähriges Kind. Durch die Wucht des Aufpralls kollidiert der Bus schließlich noch mit zwei weiteren Fahrzeugen. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache bislang noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 130.000 Euro geschätzt. Zwei Stunden lang ist die Strecke der U15 unterbrochen. Um die Ursache des Unfalls zu klären, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wir bitten die Zeugen, sich bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden. Doch egal, wer am Ende für diese Kuschelpartie die Schuld trägt, das Wichtigste ist, dass der Unfall zum Glück nochmal glimpflich ausgegangen ist.